Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Criminal Minds. Ja dieser Typ spielt nur eine Yakuza Kiwami 2, was ist denn da los? Übrigens das ist Yakuza Kiwami 2 für mehr Spieleverpackungen in Livestreams meine Damen und Herren, denn die Digitalisierung nimmt leider ihren Lauf. Wenn ich so dann denke wie viel Stress ich mit dem wegen dem Ding mit Hermes hatte, halten wir in Zukunft vielleicht keine Spieleverpackung mehr hoch. Einfach nur noch Konsolen. Hier, Spiel XY. Man merkt, ich bin ein wenig verschwitzt. Das liegt daran, dass ich jetzt gerade irgendwie so recht schnell von A nach B gehetzt bin und ich muss tatsächlich feststellen, Momo hat Musik vorbereitet. Diese Musik wurde ich präsentiert von keiner geringeren als Momo. Die Break wird dann wieder von mir präsentiert. Naja, es ist eine Kollaboration zwischen Momo und mir und der Rauswurf. Naja, da müssen wir nochmal gucken, was da passiert. So, ich wünsche euch erstmal an dieser Stelle einen wunderschönen Mittwochabend. Ja, es ist ja schon wieder Mitte der Woche und zwei Tage haben wir noch vor uns und es ist schon wieder Wochenende. Was ist denn da los? Ich habe auch gesehen, irgendwie ist diese Woche dann doch sehr prall gefilmt für euch. Wenn ich mir jetzt überlege, morgen haben wir den Distinct Donnerstag, ja, haben wir Fröschlein und Momo und dann haben wir den Freitag. Freitag ist auch gefüllt und je nachdem, ob das dann irgendwie alles klappt, haben wir dann am Samstag Ni no Kuni für euch. Da habe ich endlich mal wieder ein Gemeinschaftsprojekt mit Tamara. Das läuft hier. Also, ja, fast wieder alles, wie immer. So, ich würde sagen, da wir sowieso ein bisschen später dran sind, so wie immer, quatsche ich gar nicht lange und schmeiße uns direkt mal ins Spiel. Auch das hat Momo verbreitet. So, beim letzten Mal, also gestern, um speziell drauf einzugehen, haben wir das Turnier, in Anführungszeichen das Turnier gewonnen und sollten uns jetzt mit Majima unterhalten. Ich habe gehört, übrigens gestern haben auch Menschleins von Tamaras Arbeit zugeguckt. Hallo, Menschleins von Tamaras Arbeit. Hallo, Kilian. Ich grüße auch dich, Solitares, im Chat. Kilian habe ich auch schon gesehen. Ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen in die Knockström. Das mit dem Tor, das nach oben aufgeht, das ist schon sexy. So. Ich bin übrigens ein klein wenig froh, wenn, ähm, wenn das dann mit den neuen Räumlichkeiten so weit vorangeschritten ist, dass unser Studio irgendwann dann fertig ist, dass wir von, für euch da draus strömern können, denn irgendwie, ähm, dass wir für euch da halt wirklich in einem besseren Ausmaß strömern können. Wir sind da ganz eifrig und, äh, planen da gerade schon ganz, ähm, ganz frivol vor uns hin. Und, äh, eventuell passiert es noch. Ja, also vermutlich nicht mehr im September, aber im Oktober. Nee, leider nicht, weil das Spiel hat uns dazu gezwungen, dass wir tatsächlich die Mainstory weitermachen müssen, aber wahrscheinlich bespaße ich, ähm, eure, die werten, äh, Männlichkeiten und die werten Dämlichkeiten, ähm, heute mit ein klein wenig Substory und Mainstory, falls das genehm sei. Ich muss mal hier noch ein bisschen lauter machen, ja, im, im Studio haben wir dann so schöne Knöpfchen im Ohr, wo wir dann Spielsound hören, dann habt ihr auch nicht mehr diesen komischen Hall, den wir da irgendwie immer mal auf dem Stream hatten, ne? Ist ja, hm. So, also ins ehemalige Büro erstmal von Saino Hanaya, dem Floristin. Welch Wunder. Ja, und, äh, jetzt gucken wir erstmal, was Majima uns noch zu sagen hat. Okay, ihr könnt. Ich hoffe, ihr habt übrigens das großartige Startbild genossen, ja. Ich, äh, hatte sehr viel Freude mit diesen Menschen und ich möchte sehr viele wundervolle Grüße an, äh, an, äh, sowohl den, äh, den, äh, den, äh, den, äh, den Stripper-Majima senden. Ja, es gab noch einen anderen Majima, aber ich glaube, wir haben dann nur das Gruppenfoto von Tamara mit, äh, mit dem Majima da, ohne Helm. Aber es war echt eine saucoole Truppe, ähm, will nicht zu viel vorwegnehmen, aber anscheinend wurden da schon Gruppen-Cosplays ausgemacht zwischen Tamara und, äh, und den, äh, Yakuza-Cosplayern. Ja, also das, äh, da freue ich mich tatsächlich dann so ein bisschen drauf. So, eigentlich hatte ich ja noch überlegt, Maharu Katsu-Cosplayern. Und die dann halt so, ja, mach! Weißt, wo du es findest. Fand ich schön. So. Hier. Ah. The Jojo-Clan can handle you. Keiner kann das tatsächlich. Ich fühle mich heute auch irgendwie jetzt so, so off-stimmenlos, weil gestern und vorgestern hörte, äh, nee, gestern und Sonntag hörte ich Stimmen und das ist irgendwie sehr verwirrend, jetzt keine Stimmen zu hören, obwohl ich eigentlich stimme, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Hallo Simone, ich grüße dich. Ist eigentlich das coole Startbild im, im, im Discord geflogen. Mal nachgucken. Ja. Ich hab's ja auch getwittert, also von daher. I don't know. Livestream-Feed. Da, so. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, so, in letzter Zeit, ähm, es schauen uns anscheinend mehr Menschen zu. Ich möchte auch die Menschen, die hier uneingeloggt zuschauen oder Menschen, die hier lurken, auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Und tatsächlich, äh, die Menschen, die uns bei YouTube gucken. Es soll ja tatsächlich einige geben, die unsere Streams hier bei YouTube nachgucken, ja. Also von daher, ich grüße euch ganz herzlich. Und Miri, falls du irgendwann bei diesem Video ankommst, ich grüße dich auch ganz herzlich. Dann gucken wir erstmal, so was Story-Technisch hergibt, dann hab ich euch so ein bisschen, so ein bisschen was zu erzählen. So wie immer halt, wenn der Onkel, wenn der Onkel was zu erzählen hat. Äh. Manchmal ist er immer sehr schön direkt, ne? Nein. Okay, wenn Teradad took the reins, Omi actually stopped making trouble for the Tojo Clan. Now we're making trouble for them. Okay. Es ist nicht ganz so falsch, was er sagt, ne? Hm. 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 Ja. Äh. Ich meine, er ist mir die ganze Zeit schon nicht geheuert, der Dude, aber Majima hat einen Punkt. Ich habe schon ein Reden, aber ich werde es nicht geredet. Ich meine, es ist nicht die Dinge, aber die Welt nicht zu tun. Ich habe es nicht die Korte Meiden, sondern ich habe es nicht den Aktien. Okay, man. Aber ich werde es nicht sagen. Ich muss dir auch noch erklären, warum ich da stimmlos bin. Die zwei sind oben kochen. Die zwei sind so viele, oder? Was ist das denn, die beiden? Die beiden haben wir den Kamuro-Chou-Hilz-Keykak zu entfernen. Hilz-Keykak zu entfernen? Vater! Es ist sehr schwierig! Warte, die beiden! Was machen wir? Wird das jetzt die Introduction zum Clan-Creator? Ich habe das Gefühl, wir werden da wieder unnötig mit reingezogen. Lädenweichen. Ich nutze mal eben die Zeit, um mir was einzuschicken. Ja, das sieht so ein bisschen nach Klopperei aus. So Massenklopperei. Ich habe auch schon aufgefallen, dass sich das Spiel irgendwie zu allerlei zwingt. Ja, Minispiel-mäßig. Ob das im Original auch so war, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich habe das Original tatsächlich nie gespielt. Was? Wir sind die Idee, Kiyiu-san, das ist eine Gerichte. Soll mich nicht die Krise. Der ist nicht nur so. Was ist das Geld? Das ist ein Schwerpunkt bei uns, was ich gesagt habe. Das ist keine Fehide-Kiryu. Keine Disperschaft, dass wir keine Handwerker machen, wenn wir keine Handwerke machen wollen?! Wir sagen, dass wir keine Handwerker machen wollen, dass wir keine Handwerke machen wollen! Was ist das überhaupt nicht? Das war mir vollkommen klar, dass er jetzt sagt, oder mach ich mal, ist dein Ehrenmann. Das war mir so, dass du, wasst du, wasst du, wasst du? Hm, ich weiß nicht. Dann muss ich dir, dass ich dir, wasst du, wasst du, wasst du? Wasst du? Dass ich dir, dass ich dir, dass ich dir, wasst du, wasst du? Gein-Ba-Kantok? Ja, Gein-Ba-Kantok! Mazi-Ma-Japan-Kiriu-Kantok! Ich muss überhaupt nichts sagen. Ja, das stimmt. Der Ziel ist, dass wir uns zu retten. Wir müssen uns nicht verletzen. Wir müssen uns verletzen. Wir müssen uns verletzen, und wir müssen uns nicht verletzen. Ich bin sehr verwirrt darüber, aber wir werden es ja sehen. Ich muss mal schauen, wenn der Sonntag leer bleibt, könnten wir da vielleicht gegen den Harz zu Ende spielen. Dann habt ihr wenigstens eine komplett schöne volle Woche. Ich habe einfach noch so viel auf, und das gefällt mir nicht. Ich verstehe. Ok, wir sehen uns da. Es ist schon da. Es ist schon da. Weil ich auch etwasает, die Mama gutmasse. Die Mazi-Ma-Kiriu. Wenn wir uns genommen haben, dann drehen Sie alles! Da ist ein bisschen was. Ich habe die Mazi-Ma-Kiriu-Kantok. Dust gut! Ich könnte alles ganz manufacture. Ich habe die Mazi-Ma-Kiriu-Kantok. Ich bin etwas mehr zu Ende. Ja, es ist exakt wie der Clan Creator, okay. So, protect Kamurocho Hills. Clan Battles are large scale-based defense, fights between Kirio and other members and multiple constructions against the crew. Blablabla, command your crew and protect their squad. Blablablabla, get and train employees. Ja gut, das kann ich mitdenken. Defeat all enemies before your equipment is destroyed. Fulfill the winning condition to claim victory. Enemy status, mission status. Skills, cash. Wir uns damit dann da auch beschäftigen, das weiß ich nicht. Ich finde den Clan Creator halt schon irgendwie so ein bisschen... Select the unit and press to raise your spirit. When the unit's spirit goes up, the abilities increase and the full recoil HP. You must spend cash to raise spirit. Was? Was? If you can use any of the directional battles in battle to activate the skill, which skills are available depend on the fall. Blablablabla. There are four unit types. Balanced attack, defense, support. Ich finde Support schön einfach mit einer Knarre dargestellt. Different enemy types. Sprawler, gunner, grenadier, heavy... Special attacks. Oh, das ist wieder gerannt. Dankeschön. Hier waren wir dringend Stamina in Box Cash. Wieso riecht es denn jetzt hier irgendwie noch China, Mon? Was noch passiert? Tamara ist mit Knobloch eskaliert. Vielleicht. Time spent ca... Clearbonus. S-Wings earned. Total cash. Blablabla. Clearbonus. Survivalbonus. Keep units alive. Ich denke meine Lautstärke hat sich wieder erhöht. Merkt ihr das? Ja, gut. Dann fahren wir das mal gegen die Wand, wa? Gut. Dann, äh... Rally ho. Kommt doch her, ihr Penner! Oh, oh. Success! Das war wohl ein S-Raum. Es fühlt sich trotzdem wie ein Tower Defense Spiel an. Next Wave. Gott. Okay, die kommen alle von hier. Dann würde ich das sagen. Einfach... Wo passiert da was? Was ist da los? Was eskaliert da? Lässt du meinen Promi in Ruhe? So was. Verbeeren. Next Wave. Was? Jetzt müsst ihr diesmal wirklich aufpassen. Da. 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 Ah. Dann ein Backup. Immer noch mal da, ja. Warum steht denn die da so, so ungekauft rum? Was ist denn los mit euch? Leute? Was? Was bedeutet das? Ups. Was ist das? Und wenn mal ihr... Lebt noch? Eine! Also war doch eine Realität aus. Nummer... ... Eine! Eine! Lebt noch! Das hat wieder mit dem S-Rang funktioniert. Ich glaube das ist der Boss. Ins Gesicht. Komisch, kompliziert und verwirrend, zeitgleich. Das Spiel überrascht mich auf jede Art und Weise immer neu. Wow! Wow, ich kann mich vor Erfahrungspunkten gar nicht retten. Danke, danke, danke. Wir würden es nie übertreiben. Niemals. Zu gar keiner Zeit nicht. Das Spiel schon ganz von alleine. Das ist das erste Mal gesehen. Das ist Kyrill. Du bist auch so ein Mann. Oh, ich habe eine eigene Erinnerung. Muto K. Muto Fudoosan. Muto. Geh auf Muto. Wieso sieht der Typ eigentlich aus wie jemand... Der Typ sieht aus wie Megagov. Daher ist es so großartige. Das ist einfach so großartige. Das ist nicht so großartige. Es ist doch so großartige. Ja, wir sind jetzt die anderen zu schützen. Sie sind schon fast zu schützen. Sie können auch so großartige, aber nicht mehr zu schützen. Es ist nicht so großartige. Es ist so großartige. Ich bin echt gespannt, was uns sonst so ein bisschen erwartet. Ich bin echt gespannt, Herr Masjima. Kiyu, was das? Ich bin ein oder zwei. Ich dachte, dass ich nur unsere Unterricht habe, aber es war so ein Verbrechen. Ich glaube, es ist ein Verbrechen. Ich glaube, es ist ein Verbrechen. Das ist nicht so, was ich? Ja, genau. Oh, wenn ich es gut war, ich zeige euch. Ich werde es noch nicht verabschieden. Es tut mir leid, aber ich glaube, ich glaube. Oh, das ist gut. Ich habe heute auch geholfen. Ich werde jetzt wieder zurückkommen. Ja. Ich habe hier eine solche Schade. Ich werde es nicht so, was ich nicht so, was ich? wer sind jetzt die drei musketiere gut dass er die gleiche frage stellt du wirst sie bald kennenlernen klingt nie gut warum läuft er mit so einem mandel rum als das so dass er aussieht als wäre rufus das könnte ein versprechen sein ja Wie er jetzt total da drin hängt, weißt ja, gerade davon erfahren und so, jetzt bin ich voll hier drin, ich bin voll auf deiner Seite, Mann. Ja, genau das. Mein Boss ist crazy. Oh, wir erfahren also direkt, wer die drei Musketiere sind, das ist schön. Sehe jetzt nicht gedacht. Ach, du Kacke. Die anonyme Hawaii-Hemm-Vereinigung, oder wo ist er los? Riki Chosu. Ob die alle wieder echten Schauspieler nachempfunden sind? Weil ich meine tatsächlich, dass damals die Details noch nicht so toll waren in den ersten zwei Teilen, dass man da jetzt wahrscheinlich irgendwie sich gedacht hat, entweder man remodelt oder man ersetzt direkt. Also denke ich mir jetzt, da ich das Original nie gespielt habe, kann ich es nicht sagen. Tatsumi, Futsinami. jetzt spielt ja auch irgendwann mal der dammshow dude irgendwo mit ladies and gentlemen meine damen und herren mesdames schu der mad dog of shimano vor allen dingen der drache der dojima und mad dog of shimano das klingt wie so ein bad spencer film kiri 言ってるのと mazima っていうのが手に負えないから 俺たちになんとかしてくれってことか さすが長州さん その通りです こいつらをぶっ倒して カムロ町ヒルズ計画を奪い取る カムロ町 カムロ町 はいくらでも出させてもらいます お願いできませんかね 俺はやるで はい 金になるなら何でもやる それが俺のスタンスだからな それに りょうじまのリュール とかいうやつも気になるしな 一応俺も ドラゴンと呼ばれてる男子だからよ ドラゴンと呼ばれてる ドラゴンと呼ばれてる それが楽しみだな ははは チョウシュウさんも 最近 真剣の案件ばっかでな 僕は 大人の相手を捉してみて 僕は 彼女の仮逃げを 私たちに 今の 彼女の仮逃げを 僕は 僕は 彼女の仮逃げを 聞いてみて 僕は 彼女の仮逃げを 彼女の仮逃げを教えてよ 私たちの人が 私たちに 彼女の仮逃げを 私たちに Und wild ist etwas, was auf Wajima sehr gut zutrifft. Wild und ungezüngelt. Nicht gezügelt, sondern gezüngelt. Also sowas wie Gregor Teicher nach dem Blondieren. Moin, Kirito. Na? Guten Abend, wünsche ich auch dir. Wenn sie sich jetzt nicht gleich untereinander verprügeln, weil ich habe so das Gefühl, jetzt schlagen sie sich um das Wild. Oh ja, jetzt dürfen wir zurück zum Serdener. Da drin wartet noch eine Substory auf uns. Da ist auch noch eine Substory. Da auch. Da ist Komaki noch. Wir könnten doch jetzt einfach mal eine Substory-Runde einlegen. Es sei denn, ihr wünscht euch alle, dass wir Mainstory weitermachen. Ich habe diese Stimme in meinem Kopf, sie sagt Substories. Und ich habe dieses Klingeln in meinem Kopf, das mir sagt, ein Schlüssel. Vielleicht machen wir auch noch eine Schlüsselrunde, das geht auch noch. Ich würde jetzt einfach mal gucken, was da auf dem Parkplatz auf mich wartet. Da habe ich ja schon geguckt, ja, da habe ich ja schon einen gefunden. Die hintersten Ecken, wo es rumliegen kann. Da war aber beim letzten Mal, da habe ich mich nicht getraut, den Dude anzusprechen hier. Hey, yo! You look like a pretty tough cookie. Wahrscheinlich schon. Tough cookie. Alter, du sagst jetzt hier schon aufgegessen. Ja, ja, ja. Nobody can hit me. My dodge is on next level. Ja, ja, ja. Mr. Try and hit me. Ich habe das Gefühl, das kommt mir bekannt vor. Let's do this. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es für ihn schlecht ausgeht. Oh Gott. Der Typ ist wirklich krank. Schnell. Ja! Woo! Krasser Dude. Wow. Erfahrungstechnisch. Hier ist ein stinkendes Geld. Wir müssen uns die Leine. Yay! Wow. 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 Tiefkängige Sub-Story, meine Damen und Herren. Ich glaube, 200 war wieder das Maximum hier bei allem. Und ich muss auch noch mal gucken. Gut, Club-Payout brauchen wir jetzt halt auch irgendwie erstmal nicht. Hatten wir nicht letztens noch Mangel an an Lila? Wofür war denn das nochmal? Ist jetzt eigentlich nicht sinnvoll, ne? Ja, aber ich werde wahrscheinlich einen Clan-Creator nicht spielen erstmal. Token of Appreciation ist das? Ja, gut. Law of Attraction. Ach komm, da könnte man ja eigentlich mal eigentlich. Rollsuits. Warum nicht? Ich würde nur einfach mal ein paar Battle-Skills investieren. Ich meine, komm mal. Den hier. Dann könnten wir ja mal gucken. Parry könnten wir mal machen. Heat-Actions. Ach ja, Heat-Actions. Da können wir uns dann ganz gediegen wehren. Gut, die sind automatisch freigeschaltet, was ich sehr interessant finde immer eigentlich. Dass sie zu dir sagen, hey, schalt doch irgendwelche Angriffe frei. Haube da, haube da, haube da. Und dann waren sie die Hälfte schon frei. Aber vielleicht musst du die jetzt erstmal irgendwie bei Komaki oder so trainieren. Unlocked by becoming acquainted with a certain person in Kamuro-Jo. Ja, da waren wir vollkommen klar. Dann müssen wir da wahrscheinlich dann mit Komaki trainieren, um die freizuschalten. Und da hier warten auch wieder so Spezial-Dudes. Dudes und Düden. Besser wat? Aber die Heat-Bar zumindest ein klein wenig hoch. Komm, dann machen wir hier den noch. Weil, äh, F kann nie schaden, ne? Die Fans braucht keine Sache. Dann haben wir da nochmal Heat-Level 2 frei. So, den Rest lassen wir jetzt mal. Ah, dürfen wir noch gar nicht, oder was? Achso, der braucht 320. Ja, gut. So, dann man sieht sogar da oben, wie es wächst, ne? Das ist lustig. Gut. Gut, 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 gut. Mehr Sub-Stories. So, gib es mir. Wir haben mehr Pings. Wir könnten also... Huch! Bauschee! Bauschee! Hallo! Hallo! Tada! Ich bin auch mal wieder da. Ja, ich freue mich sehr. Ja, du stehst sogar noch als dritter da oben in der Liste. Äh, Moment. Für dich müsste es irgendwie da sein oder so, glaube ich. Oder wo ist der Chat? Da ist der Chat. Ja, da ist der Chat. Irgendwo da oben steht's. Ich grüße dich ganz herzlich. Stimmt, hast du ein Weitchen mal reingeschaut? Das, äh, habe ich... Ist mir aufgefallen. Ja? Nicht wohlwollend? Ja, ja. Leipzig Beach, I know. Ähm, wir gehen mal in den Champion District, dann checken wir da mal die Lage. Kein Ping-Ping? Kein Ping-Ping? Nur ein Kampf, aber kein Ping-Ping. Pup, pup, pup. Ups, ich trich die Gassen. Denn ich kann's nicht lassen. Earth Angel. Da ist ne Sub-Story drin. Der dritte Platz macht mich immer noch fertig. Ich halte dich nicht auf, aber das heißt auch nicht, dass du dich jetzt irgendwie total verausgaben sollst, gell? Hands of my Merchandise. Ach ja. Oh, ich erinnere mich. Mama, ne Attack. Das ist eine sehr spezielle Bar, Mama. Ich seh grad was. Uno Momento. Hast du jetzt unten das Sample-Partner-Ding entdeckt und kaufst jetzt erstmal 10 Bundles? Oder der Shop? Rastet doch alle aus. Was ist denn los mit euch? Was? Immerhin Silber. Stimmt das? Tatsächlich ja. Max, Max, ist mir leid. Aber du stehst jetzt noch da oben drin, ne? So schlimm kann's nicht sein. Vielen herzlichen Dank. Kristalle. Genau der Bit sieht aus wie der Bit aus Tron. Ja, nein, ja, ja, nein, ja. Guck mich nicht so an. Ja, nein. Ladies, do not grow beard. Ich beglückwünsche dich zu deiner Bit-Silber-Medaille an dieser Stelle. Glaub ich nicht. Jetzt wird hier gepockt, schämt, meine Damen und Herren. Jetzt einfach volle Leute weggesniped. Ja, stimmt. Diese bronzene Medaille neben Kiel sieht halt einfach nicht aus. Es passt nicht zu seinem Terrain, ne? Richtig? Nee, Gold ist, glaube ich, Gold ist, glaube ich, jenseits von jeglicher, äh, von jeglichem Willen. Da hat sich, glaube ich, Entchen ein Denkmal für die Ewigkeit gebaut. Das mag ich nicht. Ist nicht gut. Wir gucken uns noch lange weiter die bärtige Lady an. Best-Customer, my ass. Jetzt wird hier schon um Tausender gefeilt. Was ist denn da los? Moment. Ich muss das gerade für mich nochmal gucken. Ah ja, okay. 5,5 zu 5,3. Was passiert eigentlich, wenn Bit Gleichstand ist? Ich habe Angst, dass ich das gleich erlebe, wenn nicht sogar das gleich total eskaliert. Aber es eskalieren doch eigentlich da diese Stelle hier, ne? Oh Gott, Leute. Ihr wisst, dass Twitch daran mitverdient, gell? Oh Mann. Ob das auch mit, ob das auch funktioniert mit Kermit als, als, als Top-Donator. Bitte nicht ausrasten, ja? Bitte, bitte, bitte moderat, ja? Nicht, nichts tun, nichts tun, was euch finanziell in den Ruin treibt, bitte. Das ist es nicht wert, ja? Wir freuen uns dann mega drüber, aber bitte nicht vollkommen eskalieren. Hallo Nachtra. Oh, zieh dir Hetzel an, du hast hier Arbeit. Mach mal. Moment, Moment, Moment. Ich habe nur freigeräumt, dass du druckfreie Zonen hast. Ey, ey. Kommst gerade, kommst gerade zur Eskalation, Nachtra. Und zur Bertigen Lady. Und wo kommentiert das jetzt in den nächsten zwei Stunden? Ich freue mich sehr darüber. Ich hoffe, es ist gleich vorbei. Ich mag das Bling. Ich könnte mal versuchen, sollen wir mal ein Experiment machen? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Nein. Machen wir mal ein Experiment jetzt. Warte, warte kurz. Ich kaufe in der Zwischenzeit in meinem, in meinem, in meinem Spielseite ein. Der Onkel muss mal mal gucken, ob das jetzt gleich vollkommen alles zum, zum Havarieren bringt. Der Onkel guckt jetzt nach. Moment. Studio-Modus. Ähm, wo war denn das drin? Da? Oh, oh. Oh. Was? Der Kilion hat 5000 gefehlt. Was ist denn damit euch los, Leute? Echt. Ich glaube, das ist kaputt. Damit hat Kilion jetzt Platz 1 eingenommen, Woll. Ist das dir bewusst? Ich wollte gerade sagen, ich verglückwünsche dich, das Tip Jar ist kaputt. Ich wollte gerade das Glas erblenden, dass ihr wenigstens einen Anreiz habt, mir Bits über die Birne zu hauen. Aber es geht nicht. Mann, warum geht das denn nicht mehr? Weiß ich nicht. Was ist denn da los? Sag mal. Das kann sein. Was ist denn eine Chia-Bo? Es tut mir leid, ich wollte es einschalten, aber es geht nicht mehr. Die Ebene ist kaputt. Tut mir leid. Ja, das hätte das Glas sein können. Das hätte das Glas sein können, ja. Es tut mir sehr leid. Aber es ist ja eh vorbei. Ja. Wuxi, Glas ist broken. Ja, leider. Oh, verdammt, meine ich natürlich. Wo ist denn jetzt hier meine Yakuza-Ebene hin? Wo, wo, wo? Der Wunsch hat dann auch noch mal 5000 draufgeworfen. Hey, Leute. Ihr wisst, dass du, ich versuche es nochmal zu sagen, ihr wisst, dass Twitch daran mehr verdient. Hallo Twitch. Ich möchte euch übrigens keine Einnahmen hingehen lassen, aber ihr wollt uns ja auch keinen Partner geben. Ihr Penner. So, jetzt erstmal für die nächsten sieben Jahre von dieser Liste runtergeflogen, habe ich ja gut gemacht. Wo ist denn jetzt hier meine Yakuza-Szene wieder? Wenn ich jetzt hier, oder kann ich hier einfach raus tappen? Okay, gut. Alles klar, geht wieder. Jetzt rasten alle vollkommen aus. Mama, kann ich mal deine Kreditkarte haben? Kommt gleich. Kann jemand mein Entchen Bescheid sagen gehen? Ich habe ihm damals versprochen, das wäre ein Denkmal für die Ewigkeit. Touché. Komm, mach doch wenigstens, mach doch wenigstens einen Gleichstand raus, sonst ist das untraurig. Sonst ist das untraurig? Sonst ist das untraurig, ja. Wie kann ich das sagen? Ja, ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Was machst du da? Versuch ein Bild zu machen. Wovon? Von dem Stand. Das ist jetzt sehr treu. Mann, ich hätte gern das Glas eingeblendet. Das wäre voll ausgerastet und der Streamrechner wäre dann wahrscheinlich direkt zur NASA Brennstation geworden. Wahrscheinlich. Ihr macht mich fertig, Leute. Ihr macht mich fertig. Wurga... Gib it to me, Baby. Aha, aha. Naja, wenigstens hört ihr die Plings, ja. Das ist ein Fortschritt. Oh. Ich habe mich ausgerutscht auf dem Button. Weißt du, was schlimm wäre? Also, André lässt sich ja in letzter Zeit auch zu jedem Mist triggern, ne? Das macht er jetzt noch ein bisschen. Ich hätte Angst. Ich hätte Angst, dass das auch noch... Dass wer André was mitkriegt, dass der hier auch noch reinjoint. Ah, ihr seid krasse Dudes, ey. Ich weiß ja auch, wo Nensas Geld hingegangen ist. Geklaubt von Pausch, Kilion und... Wow! Was macht er jetzt so lange, bis wir auf den... Wie viele sind das eigentlich immer? Zwo, vier, sechs, acht, zehn... Ah, fünf. Ist das so schnell überschlagen? Ach, das steht da! Muxi sagt mir, wie viel das ist. Sieh Bescheid ab für sich. Gar nicht. Ich nutze meine Ressourcen. Dann sind das jetzt schon... Warte, äh... Das heißt, noch viermal, dann ist Gleichstand. Und da kommt nochmal einer. Ich warte nur draus. Oh Mann. Ich darf nicht hingucken. Oh, man ist schlau. Ja, ha. Ist ja auch ein Klugpfirsich. Was ist denn heute los? Twitch, ihr wisst Bescheid, ne? Partner Badge, jetzt! Wir haben jetzt schon mindestens ein halbes Mal die Startseite finanziert, ja? Der Server, auf dem nur die Startseite läuft. Das müssten dann 50 sein, nach Adam Ruse. Heilige Mutter. Keine Ahnung. Also, vermutlich bist du Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Eskalation. Gewöhnt. Also, leck doch nochmal an der Goldmedaille. Ich glaube, die ist gleich weg. Was ist nochmal ein Bit wert? Ne, besser nicht drüber reden. Mit den Klaben. Ne, Hund... Boah, weiß ich nicht. Frank-A-Z. Ripp, Frank-A-Z. Mach ich schon die ganze Zeit. Also, eskalieren, oder was? Oder nachrechnen. Ja, damit wären wir dann jetzt equal, ne? Okay, Kredion. Ja, genau. Ein Bit sind ein Cent. Ich war... Moment, bitte was? Hm. Ja, vollkommen übergeschnackt. Ja, komm. Ich warte nur drauf. Der Gnadenstoß. Gleich. Nach der Werbung. Dranbleiben. Jetzt zum ersten Mal wünschte ich mir, wir hätten die Möglichkeit, Werbung einzuspielen. Oh, oh. Bye-bye. Ripp. Oh Gott. Oh Gott, ich habe Angst, was da kommt. Oh, er darf noch mal in die Kneipe jetzt hören? Ich bin gespannt, was Entchen hinterher antwortet. Der Sound war Ripp. Ja, wahrscheinlich war immer zu laut, ich habe mich zu laut gefreut. Tut mir leid. So, ich habe dem Entchen jetzt getweetet. Gleich aus seinem Stream-Schlaf erwacht, wird er das sehen, was passiert ist. Sein Stream-Schlaf? Ja, er streamt ja gerade. Er wird schnatternd vor sich herrennen und sich fragen, was war passiert? Ja. Tom. Ich habe Ente schon mehr oder weniger Bescheid gegeben nach Drache, aber danke. Oh, ja, 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 ja. Dieses Spiel ist so zu... Ah. Das Problem mit mir ist, jetzt ist immer so der Moment, wo du dich fragst, was passiert als nächstes? Kann das Spiel noch tiefer sinken? Immer wieder, immer wieder. Oh, immer noch Jakoza-Misius. Wieder, eigentlich wieder. Miri schrieb gerade alles liebevolle Quatschköpfe. Mit einem Herzchen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mr. Nice Guy ist wieder da. Okay. So, hier haben wir keinen Schlüssel vergessen, ne? Was ist eigentlich da drin? Ist das die Spelunke hier? Bar Shellac. Ja, das sind Bartender. Love me, Bartender. Love me so. Ja, wir spielen halt momentan Mainstory, weil das Spiel hat uns undankbarerweise gesagt, spiel doch mal die Mainstory, das könnte eine bessere Idee sein. Und ich so, nö. Und das Spiel so, doch. und dann war vorbei, leider. Weißt du, das ist schrecklich. Das hat mich tief getroffen. Auch erschüttert. Auf mehrere Art und Weisen. Auch körperlich. Ding, ding. Unter dem, ich frag gar nicht. Ich kann nicht klagen, tatsächlich. Bausch jetzt schon, weil er ist wieder nur ein Zweiter. Oh. Jetzt ist ja immer das ganze Geld nicht für Bits rausgeworfen, sondern für neue Bits. Nein, leider. Und ich bin jetzt auf einmal arbeitslos. Ja, wo ist jetzt arbeitslos? Das Office arbeitslos. Okay, ähm, wir könnten mal noch ins Kiechel Number One Star gehen und da mal gucken, was da für eine Substory für uns wohnt, wo wir gerade über, darüber reden, kommt. 101, Martina. Äh, äh, Witt. Guck mal, dass du mich nochmal drauf hinweißt. Ja, nun. Alle wollen sie golden, ja, natürlich. Oh, ho, 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 und da kamen zwei, da kamen zwei Bits. Soll ich vielleicht Olympiamucke oder sowas hier, soll ich jetzt hier Asia oder so einspielen? The heat is on. Ja, ich, ich hab ja jetzt wieder Arbeit, ich kann jetzt doch via Tiers vorlesen. Oh, das klingt nicht gut, zurück in die Klinik. Guck mal. Och, nö. Klinik ist nie, Klinik klingt nie gut, seitdem du arbeitest da. Das ist, das, das ist ja meine Aufgabe. Aber normalerweise klingt's nicht gut. Wird ausgenutzt, dass ich essen muss? Ja, nee, essen kannst du ja selber. Das ist ja nicht das Problem. Okay, pass auf, äh, Adventure, 18, Food Items. Ach ja, stimmt, wir müssten auch mal wieder so ein bisschen Food in unser Gesicht stopfen, ne? Weil das, also prinzipiell, wir müssen den Bausch machen gerade. Defeat one Street Boss. Was ist denn ein Street Boss in dem Fall? Der legendäre Drache. Ja, den haben wir ja schon verprügelt. Mh. Ja, ich seh uns, ich seh uns irgendwann nochmal Karaoke spielen, weil, ähm, Gründe, sind da alle Songs drin. Oh man. Ja, ja gut. Ah, guck mal, wir sind ja noch nicht mal fertig, noch nicht mal ansatzweise. Können Gott. Ich hätte so gerne mehr Geld ausgegeben. Man kann es ja machen. Das ist eine ordentliche Pizza, Bausch. Wow. Da habe ich jetzt, also, wow. Heute Nachmittag chinesisch. Und nachdem ich die Pizza lese, habe ich, äh, wo hast du da oben noch Schnitzel mit Kroketten? Und Hollandaise. Und Hollandaise. Geil. Und noch Erbsen und Möhren. Also hör auf, andere Pizzas anzuschmachten. Heute ist es Midweek Missinterpretation Mittwoch. Was war das lustigste, aneinander vorbeireden, das ihr je erlebt habt. Oh. 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 Das, ähm. Hm. Da muss ich erst mal drüber nachdenken. Momo. Weißt du gerade was? Oh. Ding. Ja. Naja, ich meine, auf der Arbeit passiert sowas relativ häufig. Stell mal vor. Das Lustigste. Du, du redest gerade über einen Patienten, der, ähm, Oberschenkelhalsbruch hat. Da kommst du nebenbei nicht weiter, Chris. Ja, ja. Ich habe in den Chat geguckt und bin halt lange gegen die, gegen das Halteverbot gelaufen. Ähm, äh, du redest gerade über einen mit Oberschenkelhalsbruch. Oder beziehungsweise die anderen meinen, du redest über einen mit Oberschenkelhalsbruch und du erzählst dann, weil du über seinen Zimmernachtbarn redest, mit ja, ist, äh, 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 ja, haben wir heute das und das und dies und jenes gemacht und da kommt nur so ein, seit wann kann der denn wieder laufen? Das ist immer schon peinlich. Kann ich überplayt mal wieder nicht aufnehmen. Ist schon wieder zu viele davon. Ja, will man noch zu viele davon. So. Da wartet irgendwas auf uns. Kommt ich da. Ja. Ja, lässt sich sicher auch wenden, die Barke. Hm. Ja, Arschhut ist übrigens ein super Board. Habe ich, glaube ich, auch bevor ich Jakusa gespielt habe, noch nie irgendwo irgendwie gelesen. Hallo Kermit, by the way. Ja, ja, genau. Hi, Kermit. Du hast, du hast, du hast das, das epische Tierbattle verpasst. Dass damit endet, dass Kilian am Ende nochmal so, so zwei Dolch-Bits weiter ins Herz gerammt hat. Und durch die Gegend geworfen. Kann man eigentlich vielleicht auch Dolche cheeren? Geht das? Weiß ich nicht. Kilian kann das bestimmt. Der Bausch hat mal drei geteert. Ja, Tierbattle. Auch, auch. Verstehe ich. Ja, erst mal gegen die Ente. Ja. Ja? Genau, die Ente ist jetzt, ist jetzt gnadenlos auf Platz drei zurückgefallen. Und dann, 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 dann hat der Löwe angegriffen. Ja? Und was auch immer ein Bausch für ein Tier ist, ich würde sagen, so fluffiges Meer schweigt, so poof. Hm. Hm. Ja. Gerade gewinnt Bausch. Achso, jetzt weiß ich wieder, warum ich die Straße runtergegangen bin. Ui. Na, du kannst diese Silverplate immer noch nicht aufnehmen, Chris. Was machst du denn? Ich weiß es nicht. Mich unsichtigen schript. Kion hat nebenbei mal wieder elf gecheert. Weißt du, es kommt mir vor, als wäre das wie die schlechte Witze-Kasse. Aber man muss, man muss, man muss halt einfach permanent einzahlen. Das geht nicht dann, das mit, wer muss ich denn hier reden für die Substory? Wahrscheinlich mit, äh, was will ich denn ordern? Alles. Oh. Oh. Ja, gib her den Shit. Hm, ich nehme das auch einmal. Oh, Gyoza. 730. Und Gylion. Jetzt will Gylion seine, seine Macht ausarbeiten. Ah, bald, bald kommt wieder der Maydrasher. Bald. Thanks for stepping in Kiyosan. Weiß immer noch nicht. Ich möchte jetzt Gyoza. Ein Missverständnis. Immer noch. Uh. Ausarbeiten. Ja. Naja, sagen wir es so, wenn hier alle Stricke reißen, kannst du es ja immer noch mit dem Donation, mit dem Donation-König versuchen. Da brauchst du aber noch ein bisschen für. Bringen die Leute doch nicht auf schlechte Ideen hier. Nein, die haben, die haben angefangen, Mama. Momo meine ich. Momo. Oh, na, wenn ich forever nie meinen Rahmen hier pinche. Oh. Oh. Ja, habe ich. Habe ich hier schon in den Channel gesteckt. Wie, wie, oh, 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 nähe ich noch nicht? Es ist auch schon vorbei. Das ist blöd. Die 400 Bits, die du gekriegt hast, wenn du, äh, letzte Woche Jack Ryan auf, auf Dings geguckt hast. Weißt du, eigentlich müsste da so, irgendwie so ein Burrito oder so, oder so ein Taco, ja, ein Taco als, ne, das Dreiecksbit könnte ein Taco sein. Ja. Das ist übrigens für alle, die hier zufälligerweise zuschauen und irgendwann mal von diesen verrückten Menschen, die uns gerade irgendwie mit Kristallen bewerfen, mal ein Sub geschenkt gekriegt haben. Es ist September. Ihr könnt euer Sub fast kostenlos weiter, weiter hier, wie macht man da denn? Weiter subskribieren. Treuheit. Für nur einen Dollar. I need a dollar. Dollar. Dollar is what I need. Nur im September. Das finde ich zum Sabern. So. Wir könnten jetzt noch rechts hoch gehen. Mo kann ja einfach mal Stasi in Chat. Äh, Stets. Stets. Ja, das fragen wir uns auch die ganze Zeit. Das habe ich von Anfang an gesagt, aber glaubst du, diese Jugend hört auf mich. Ja. Deswegen, ich habe auch nur die 400 Streetbits hier reing, weil die gab es umsonst. Weil das ist eigentlich mit euch hier, die vier von der Tankstelle oder was. Und wenn ich die Topton echt jetzt fast reihe. Ach, hör doch auf. Ja. So müssen wir uns am Ende wirklich noch was ausdenken, was man Menschen Gutes tun kann. Ja, dafür. Ja, weil das ist halt nicht alles selbstverständlich, weißt du. Wie, du bekommst Bits geschenkt. Gut, wenn ich die geschenkt kriegen würde, würde ich sie auch irgendwo hinpacken. Das Problem ist übrigens, dass das unten nicht aktuell ist, aber ich glaube, ich darf das immer noch nicht von Kermit öffentlich da unten hinschreiben. Aber du misst dich mit einem Frosch. Mit dem Frosch. Ja. Erst hattest du einen Clash mit einer Ente. Ja. Und die sind Teichbros, ja. Die kommen immer im Rudel. Wobei ich die Vorstellung gerade ganz lustig finde, ne. Weil ich versuche mir das so vorzustellen. So wie die Tigerente und der Frosch. So, weißt du, sie ziehen um die Häuser. Juhu, Juhu, Juhu. Kannst du noch? Juhu, Juhu. Oh Gott. Ich hab'n Platten. Juhu. Ich kann nicht anders. Was? Was? Oh, ja bitte. Ja, gern geschehen. Auch wenn der Toki steht. Ah. Trafen wir in Comics. Ja, drauf. Nee, aber ganz ehrlich, Leute, hört auf, euer Geld in Bits zu schmeißen. Ja, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr hier wirklich irgendwie denkt, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt und wollt unterstützen, dann schmeißt doch ne Donation. da kommt doch mehr an. Also nix gegen die Unterstützung zu, äh, das ist an Twitch, ne? Das könnt ihr dann machen, wenn wir ein paar andere sind. Goi, ein Shitbag. Ja, Kermit, deine Übersetzung jetzt, bitte. Ein Shitbag. Los, du hast uns schon Arschhut übersetzt. Ich will ein Shitbag. Aber der Ticket hat ein Holzrad. Ja, ich weiß. Wow. Oh, hinten wird drauf geschossen. Oh, das wollte ich nicht. Kann ich noch, kann ich noch mal diesen Dreierangriff machen? Ja, kann ich. Hui. Hui. Es waren ja nur zwei. Schön, wie das Weibchen im Rock da steht und so voll. macht weiter. Sieht ein bisschen aus wie bei Sims, wenn sie alle ausrasten. Flugstunden. Wenn mal wieder Grünkohl fest ist, ne? Oh. Puh. 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 Ich mein, wenn ich mir überlege, wenn ich mir überlege, so, gerade, gerade, Menschen, die nicht, die nicht so viel finanziell, äh, irgendwie, gebauscht sind, ja? Diese, da würde ich doch, da würde ich doch gucken, dass wenn ich einen Streamer unterstütze, dass das irgendwie so gut, so viel es geht, ankommt, weil für den, für die schmeißt man's ja an, ne? Dann muss ich mir, dann finde ich das immer total schade, wenn dann irgendwie, ja, wenn dann so viel ins Leere läuft, das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen ärgert, an dieser ganzen, an dieser ganzen Affiliate-Geschichte, so, ne? Das ist aber auch ein sehr, ein sehr tiefgängiges Thema. Aber übertreibt es bitte nicht, es läuft auf Tamaras Paypal. Ja, ihr Paypal-Konto wurde gesperrt. Warum? Ja, da sind jetzt 1,96 Millionen drauf. Yen. Mmh-hmm. 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 Dürfen wir das schon zeigen, um die Uhrzeit? Eigentlich? Leere. Falls noch jemand Leere im Schrank liegen hat. Oh Gott, was kommt da jetzt? Oh Gott. Was passiert? Was passiert? Hi. Ja. Wer davon? Wer von den zwei ist Mochiko? Das ist einer dieser Streams übrigens, die irgendwann ganz hellrosa unterlegt werden, ja? In der Pedia für Sollte man überdenken. Hallo? I don't want to say. Vielleicht verprügelt sie mich dann. Das ist cool. Haltet inne, ja? Mit Bits kaufen, Donations machen, Pizza essen, ja? Jetzt geht's hier rund. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Alles klar, Chet, los geht's. I prefer coffee. Das ist so schön, das ist halt einfach so gut, wie, wie Kittio halt einfach so total blauäugig in solche Situationen läuft. Ja. Das ist ein, 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 ein Brüder Lemming. Ich nehme die drei. Das habe ich voll sicher. Das ist mir vollkommen klar. Zwo? Ja? 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 Und mehr Meinung, Momo? Ich würde ja die vier nehmen, ich weiß nicht warum. So. Das, äh, nun. Und Warte, ich mache es gleich selbst. Was? In dem Zusammenhang aufpassen. Oh, 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 oh. Siehst du, da bin ich so schockiert, wenn es denn von der Börner fällt. 44 Mal, Momo. Wenn du bei 69 angekommen bist, bleibt, wird der Counter eingefroren, weißt du, ne? Also, fang schon mal an. Okay, Freunde, bitte schön. Oh, wir hatten einen Gleichstand zwischen drei noch, sehe ich gerade. Ja gut, dann nicht. Er realisiert es gleich, wartet noch eine Sekunde. Wartet noch eine Sekunde, kommt gleich. Das stimmt, es. Das gibt es wirklich, ja, ich weiß. Es gibt alles einen King. Hast du schon mal auf Laufwerk J geguckt? Nein, bisher noch nicht. Besser ist das. Da ist alles drin, alles. Ja, aber fast alles. Be my baby. Be my, be my, be my little baby. Wow. Ja, genau. Schreibst du Lehrfilme nicht mit J? Ich habe Angst vor dem, was wir jetzt sehen werden. Ups. Hm. Ich bin so verstört. Ich bin so verstört, ladies and gentlemen. Er mag sie in diesen hübschen Hostessen klein. aber 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 ihr gleich habt ihr die windeln voll wie klein scheiße hallo gutes timing um gottes willen dieses spiel mach doch nicht die rutsche kaputt was ist denn da los hat man euch nicht beigebracht hauen ist böse Ach so, jetzt verstehe ich das. Einen kleinen Moment, bitte. Ach so, ich bin nicht voll. Ich hätte jetzt fast gedacht... Hallo? Also, ich meine, ich kenne doch die Spielserie, ja. Aber das ist jetzt halt doch schon so ein bisschen over the top, oder nicht? Also, ich dachte schon, sie haben sich auf sehr dünnes Eis begeben, als sie den Panzu-Dealer-Ring in Zero eingeführt haben. Aber das ist, da ist der Panzu-Dealer-Ring nichts gegen. Wo sind denn jetzt eigentlich die ganzen Mädchen hin? Könnten die nicht irgends am Rand stehen und ein bisschen schieren, oder so? Du verprügelst gerade ihre Babys, natürlich stehen die nicht am Rand und schieren. Pass auf nicht, dass sie gleich ankommen und dich verprügeln wollen. Uff, das ist ausgewichtender Penner. Au. Komm mal, komm mal kurz... Hallo? Und liegen geblieben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Und jetzt Karaoke singen, geh mit Haruka. Nicht schade. Nicht schade. So, endlich mal jemand, der was sagt hier. Ja? Bittere Pille. Yoga-Einwinden. Herzlichen Dank für diesen Clip. Be my baby. Ich finde, wir haben eindeutig zu wenig von den anderen gesehen, ja? Das geht gar nicht. Oh Gott, ich will nur noch 20 Minuten, was hat der zwei Stunden gemacht? Weiß ich nicht. Ähm. Die erste halbe Stunde war ich eigentlich nicht hier. Jetzt. Ähm. Äh, wie war das? Be my, be my, be my, be my little baby. War's das? Wir könnten nochmal zu... Auch? Also es war schon mal ein Moment aus der Kategorie, what the fuck, why? Ja, du, äh, ja, das, was Momo sagt. Wir könnten jetzt, wenn wir wollten... Weißt du, was ich mich frage? Erzähl's mir. Ich habe über ein Feature gelesen, das es hier drin geben soll, ja? Und ich noch keine Ahnung habe, wie wir es finden und ob es in Kamodo-Cho ist. Was denn? Tamara weiß, was ich meine und könnte einfach mal aus dem Hintergrund Ja oder Nein rufen. Dinge, die Henrik nicht machen würde. Oh, danke, danke, Tamara. Danke, du bist so hilfreich. Ich erinnere mich dran, dass ich dir nie einen Keks gebe, wenn du einen willst. Oh, guck mal, da unten. Kaufe ich mir selber. Ähm. Oh, Mann, oh, Mann. Das ist mir übrigens nie aufgefallen, dieses Riesen-Hild da. Wollte ich denen das neue Kettler-Mountainbike vorstellen und dann nimmt er den mal das Mountainbike. Ah ja. Ich glaube, ich darf den jetzt wieder gleich zu Komaki. Hallo, wer bist du? Ja, das bin ich. Äh. Ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte gerade quietschen. Oh. 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 Das ist also was ausdenken. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Äh, für dieses andere Feature muss ich, glaube ich, später mal recherchieren, wenn, äh, wenn hier die Mädels gleich, äh, das Mädchen und der Pfirsich, Entschuldigung, ähm, das hier gleich weitermachen mit dem Nachfolgeprogramm. Komm, schaut's, verr fairy-Yvan, o. Und das ist wahrscheinlich auch noch. Hat nur keiner gehört. Aber ich kann's doch trotzdem kommentieren. Wir müssen Atmo-Mikros im Studio dann aufhängen, dass man solche, dass das so klingt wie damals, wenn du, wenn irgendwer in einem Take bei Jäger Mist erzählt hat und bla und blub und das halbe Studio gelacht hat, wo du das dann ganz schön über das Atmo gehört hast. Oh. Oh. Was müssen wir tun? Ja gut. Ach, gebt ihr das Doppelte. Ich überweise euch gleich, sagen wir mal eine Million. Eine Melone. Donate Sunflower. Kannst du einen Donkey? Donkey in ATM? Nee. Wir brauchen einen Popo oder einen... Nach vorne. Oder einen Lawson. Lawson sehe ich gerade nicht. Mhm. Anya? Hm? Are? find something he is interested in so dass sie das nicht eigentlich wissen eigentlich schon auf dein hundi gibt es ein gibt sowas in diesem spiel natürlich wird sowas geben die irgendwo ein eine blaue sub story außer die da oben links dann wissen wir es leider nicht okay schade und da ich nichts habe wird anscheinend auch nichts hoch hi uncle kaz the headmistress told me about your idea for helping hayato kun do you remember the puppy we saved last year i was thinking maybe we could find him and bring him to sunflower what do you think greetings haluka warum hello oh oh Oh, das ist ja nett. Gut. Ich würde ja sagen können, wir treffen uns am EKW-Café. Naja, okay. Aber das ist doch hinten erkennbar. Ja, ich weiß. Dann gehen wir da einfach mal hin gerade. Dann haben wir das nämlich hoffentlich auch erledigt. Und irgendwie die Wege gehen, die ich so noch nicht eingeschlagen habe, um mal so ein bisschen bling bling mal aufzufinden. Wie das da vorne. Also da musst du schon echt zwei Schritte nebendran stehen, dass das Ding ausrastet. Von der Reichweite her. Oder eine Etage unten runter. Ja, oder das. Ja. Aber halt genau. Pixel genau. Ah, wo wir gerade hier sind. Ah, nee, brauchen wir ja gar nicht, ne? Passt ja schon. Jo. Ich stand ja direkt vor mir. Ich muss eh in die andere Richtung. Gold und Ruhm, Gold und Ruhm. Ich bin ja nicht. Irgendwo, wow. Wieso nimmt er sich nie das Fahrrad? Ich habe aktuell keine Lust auf Fahrräder. Wenn ich Momo jetzt gleich wieder frage, kannst du mich an meinen Ohrwurm erinnern, weiß ich ganz genau, was passiert. So, hier ist ein späteres Rhysep drin. Ganz ruhig, Mann. Mit euch. Musst du nicht mal so langsam alle Lockerkeys haben? Das denke ich mir auch die ganze Zeit. Aber irgendwie nicht, nein. Aber wir könnten mal wieder Lockers aufmachen gehen, aber wir gehen ja eh in die Richtung. Da drüber. Da vorne liegt was. Oh, guck mal, es macht bling bling. Und ping, ping auf. Gib den Hund her! Bevor der Kampf getriggert wird. Was war denn mein Ohrwurm? Jetzt gerade. Nee, gestern. Ja, ne, der Pudding mit Arsen. Ach nein. Ich hätte nicht fragen sollen. Wow, wow. Ist das dann später der, der Mame wird? Möglich. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Jo, bitte, ne? Die Passage war hier unten, glaube ich, ne? Hm, ich glaube, ja. Dö, 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 dö. Oh, oh. Bin ich da hoch? Oh. Wer, wer bist denn du? Du, wangst zu fragen? Hi. Ah. Ah ja. Das ist praktisch. Jo, hau's da rein, ne? Danke, danke für, bitte ein Bit, ne? Danke schön dafür, ne? Bye, bye, baus. Danke fürs Ausrasten. Normalerweise sollte ich euch nicht dazu animieren, das zu tun oder euch loben, dass ihr das getan habt. Aber in dem Fall tatsächlich, vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, davor. Dö, 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 dö. Ja, ja, Fleisch. Appetie, bitte, aber du. Schuh. Oh Gott, das ist noch viel Arbeit. Oh Gott. Was? Ja, Inventory ist voll. Ja, dann nehmen wir das, schmeiß weg den Scheiß. Tafnes CC. Komm schon. Was weiß ich, wie doch ihr alles in die Itembox. Tafnes. Hier unten noch. Chaurina. 10-1, was auch immer das ist. Warum? Wieso kann ich denn jetzt wieder Silverplates tragen? Ich verstehe es auch nicht. Können wir denen eigentlich irgendwas machen? Ja, die kann man im, ähm, beim Pfandleiher verkaufen. Kriegt dann ganz viel Geld. Nur leider nicht so viel wie im, wie im Club. Wir spielen hier sowas wie, äh, locker Tetris. Noch irgendwas, gell? Nö. Wo kalt? Yeah. 5 Lockhammer geöffnet. 10 Lockhammer geöffnet. Gibt 18 grüne Erfahrungen. Das ist... Ich bin fast bestürzt. Äh... Completion List. Wo waren denn die drunter? In der Adventure, ne? Guck mal, es fehlen nur 5. Im Podi immer noch. Traurigerweise. Gut, ich gehe aber fest davon aus, dass du da nochmal hinkommen wirst. Ja, höchstwahrscheinlich. Da, blablabla, blablabla. Gut. Ja, eine Lampe. Das, äh, ist wahrscheinlich die... die beste Waffe, die man sich vorstellen kann. Jetzt geht da unten die Quest weiter. Also gehen wir nach da unten. Während ich einmal so ganz gemütlich auf die Uhr geguckt habe. Noch ein bisschen Zeit haben. Alles gut. Ich hätte dir gesagt, wenn... nicht genug Zeit gewesen wäre. Huhu! Huhu! Haben alle nichts aus Yakuza 6 gelernt. Dir ist schon bewusst, dass Yakuza 6 noch gar nicht... äh, noch gar nicht passiert ist. Ja, schon. Appa die, bitte. Appa du! Wir haben uns bis auf Kleinigkeiten heute tatsächlich sehr stark um die Main-Story gedrückt. Ja. Nur um halt auch nochmal zu zeigen, weil ja letztens gefragt wurde, ähm... wie ist das, äh, ob es nur ein reines Story-Game ist oder so. Also man sieht, man kann außerhalb der Haupt-Story echt noch Zeug machen. Ja. Wow, wow! Die sind ja immer noch da. Aber jetzt bist du keine Substory mehr. Ja, tschüss, ne? Woher weiß sie das? Wir haben gerade mit ihr geredet. Danke, dass du Puthier für mich findest. Ich habe den Kuhn-Darfs-Dogs. Er hat schon Puthier für eine Walk genommen. Yay. Was willst du? We're still accepting donations. Wir auch übrigens. Gut. Hm. So, jetzt sind wir da wenigstens. Strength of the Dragon. Erst einmal können wir noch erweitern. Dann sind wir auf 200. Das heißt, wir sind jetzt da. Minis sind auf 180. Was können wir denn jetzt noch machen? Komplitiks mehr. Fünf Minuten zweifle ich tatsächlich an. Geh doch noch eine Runde Karaoke singen. Fünf Minuten lang. Na, dann muss ich zwei Songs singen. Du hast keine neuen Filmchen gefunden. Also können wir Filmchen angucken und vergessen. Das ist richtig. Ich würde einfach sagen, ich gehe mal Richtung New Serena, dass wir beim nächsten Mal eventuell, potenziell, vielleicht, möglicherweise, weitermachen könnten. Das ist jetzt eigentlich... Ah, nee, gut. Den Yakuza dreht ganz einfach runter. Das hätte mich tatsächlich mal interessiert. Ja, gut. Wir kämpfen halt nochmal eine Runde. Kommt her. Verkehrshut. Oho, G. Bestimmt ein Arschhut. Hallo, nimmst du das Geld mit, bitte? Ah, ja, schön. Wenn man da schon gekrugelt, ob man Schlüssel drin regt. Hier, erscheint schon. Oh. Hm. Ja, gut. Das ist noch so ein Ding. Doki Doki. Hat er verlernt. Türen öffnen. Ich will aber tatsächlich mal gucken, ob man da... Ah. Ambeißen. Das ist ein ATM. Oh mein Gott. Ja, komm. Ist das wichtig? Weiß ich nicht. Nein. Die Kinder? Hm. Ja, gut. Was ist denn hier noch? No. Weiß ich werde es bereuen. To the Dragon Palace. Intervenieren. Geht's angst? Geht's angst? andere lebt noch ist noch bei bewusstsein jetzt nicht mehr einmal eine pirouette zum abschluss ja weil später lernen wir ja eigentlich ein also zwei teile später lernen wir tatsächlich auch einen obdachlosen kennen wenn sie mal homies mit dem bevor wir ihn dann zwei teile später wieder verprügeln was okay das interessiert mich noch was kommt dabei jetzt raus wir laden wo gott war jetzt was laden wir wir wissen es nicht Kame heißt übrigens Schildkröte äh Kame in dem Fall deshalb Turtle Will ich wissen was dieser Dragon Palace ist? Will ich es wissen? Du wirst es jetzt unweigerlich herausfinden Ah Was Casinoartiges Jawohl Uh Okay Das heißt wir haben da auch wieder tatsächlich einen neuen Ort Ich verbrich mich nicht wenn ich fast abmoderieren will Mein Gott ist denn da los? Ja ping ping wo? Ping ping my love oder was? Da Würde ich jetzt sagen speichern wir auch einfach hier drin Wo ist denn das jetzt hier? Das ist ein Schreckliches Das ist ein Schreckliches Weil ich halt immer nach ganz von ganz oben nach ganz unten gehe anstatt von einfach eins nach oben zu drücken Das wäre zu einfach Ich bin ein folkmeutischer Typ wie ihr merkt Ja ging das nicht Ja ich glaube ich glaube Tamara kann das Niveau heute Abend nur noch nach oben zerren Mit guter Saxofonmusik neigt sich dieser zumindest Mindstream dem Ende zu Meine Arme ist zu kurz Ähm ja Ich würde sagen ich quatsche gar nicht lang Vielen herzlichen Dank dass ihr da wart Vielen herzlichen Dank fürs Bewerfen mit Kristallen Wann seht ihr mich eigentlich wieder? Spätestens Samstag Weiß ich? Ne Freitag Wir beide machen Freitag zusammen einen Fastlook Ja stimmt wir machen Freitag Ja Oh ja stimmt Ich habe gehört die Scale verändert sich Samstag Sorte Tschüss Jetzt hör doch mal auf rein zu labern Kann ich auch nichts für So Äh wir sehen uns dann spätestens Freitag wieder Denn dann darf ich mit dem besten Pfirsich der Welt und dieses Kanals ein Spiel spielen Das ich damals auf der Dreamcast besaß und äh Nur als Naja gut eigentlich habe ich mir die Dreamcast dafür gekauft Aber nunja Jetzt gibt es noch eine kleine Kollaboration an Musik Ja Mom hat den ersten Titel reingezogen Ich den Rest Ansonsten Tschüss Bis Freitag Und jetzt gleich Tamara im Anschluss Tata Tschüss schönen Abend noch Kool Ja at enteen JJ 56